Ein Spaziergang durch die Natur, neu interpretiert. Algengräser, geometrische Figuren, die Strahlenbündel werden zum ganz persönlichen Universum. Die Installationen des französischen Künstlerkollektivs Adrien Monod und Claire Berdan öffern ein Fenster zu fantastischen Traumwelten. Mehr als passend, um eine Brücke zu schlagen zwischen Kunst und Science-Fiction. Diese digitalen Kunstwerke laden die Besucher ein, in eine andere, computergenerierte Welt einzutreten, mit ihr zu tanzen. Gleich wie Science-Fiction uns fremde Welten eröffnet und uns dazu einlädt, mit dem Imaginären zu spielen. Die vom Künstler-Duo erfundene Software e-Motion kreiert digitale Organismen, sozusagen eine neue Spezies, die mit realen Objekten interagiert oder die den ebenso digitalen Naturgewalten ausgeliefert sind. Inmitten der werbelnden Lichtwellen ist der Besucher Akteur und Zuschauer zugleich. Die Sterne vom Himmel holen. Eintauchen in abstrakte Landschaften. Nichts ist konkret in dieser Ausstellung, ausser den Assoziationen der Besucher.